Wer kennt das nicht? Du möchtest eine Flasche entleeren, drehst sie um und das dauert ewig bis sie leer ist. Es gibt einen Trick, den du vielleicht sogar schon kennst. Ich zeige dir in diesem Video, dass er wirklich funktioniert. Ich bin Kalle, du bist bei Koks und mit Kalle. Herzlich Willkommen! Ich habe drei gleich große Flaschen voll gefüllt. Alle drei Flaschen werde ich jetzt nacheinander entleeren und ich garantiere dir, die Videos sind nicht schneller gedreht. Sie sind in realer Zeit aufgenommen. Hier das Beispiel mit der normalen Entleerung. Es hat insgesamt 13 Sekunden gedauert. Diese Flasche habe ich schnell in Kreisen gedreht. Jetzt schaut euch an, wie schnell die Flüssigkeit hier rauskommt. In sieben Sekunden. War das Zufall? Nein, hier ein zweiter Versuch. Der hat insgesamt 5 Sekunden gedauert. Ihr seht, dieser Trick funktioniert. Ihr könnt doppelt so schnell die Flasche entleeren, wenn nicht sogar noch schneller. Wenn ihr noch mehr Tricks von mir erfahren wollt, dann schaut euch einfach mal meine Playlist mit Tipps und Tricks hier oben zu sehen an. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle. Wir sehen uns beim nächsten Mal.